servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas mal wieder ein video von mir kleine feierabendrunde aus heidelberg ich bin heute mit dem e-bike unterwegs dick labs machen only turbo modus mal gucken wie viel höhenmeter wir schaffen mit dem specialized levo bin ich unterwegs und macht schon richtig bock gestern hat es noch ein bisschen geregnet heute scheint wunderschön die sonne und wir gehen ein glabs machen der boden ist ein bisschen rutschig aber ziemlich prime hat eigentlich ganz geil grip genau ich nehme euch mit auf ein paar trails mal wieder hier aus heidelberg schon lange nicht mehr hier gewesen und let's go wach wach jedes mal durch das lach hier so ein geiler trail so Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Wooo 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 Woo Wooo Wooo Woo Wooo He Oh, oh, oh. Okay. Das war's. Das war's. Wow! Wow! Ich habe es nicht verletzt, ich habe es nicht verletzt. Was ist das? Oh mein Gott. Ja, alles so gut. So Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ihr seht im Hintergrund geht die Sonne und es wird schon dunkel. Ich schieße jetzt noch einmal nach oben. Blende euch mal ein, wie viel Höhenmeter ich jetzt geschafft habe. Bin, lasst mich kurz schauen. Eine Stunde 29 unterwegs gewesen. Jetzt Fahrzeit hat noch 21% Akku. Also es wird bestimmt noch ein bisschen was gehen. Aber ja, die Sonne geht jetzt unter. Und da wird es auch dunkel und kalt. Gerade mich nochmal ordentlich auf die Fresse gelegt. Aber nichts passiert. Nur das Vorderrad weggerutscht und im Lohm gelandet. Und ja, ich hoffe euch hat es gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin viel Spaß beim Radfahren. Ciao. Ciao.